Hallo und herzlich willkommen hier Back to Wallet, ich spiele jetzt eine Runde, yay, Mario Party, ich habe keine Ahnung was ich machen soll, aber okay, uns ist, äh, ausgeschieden, geil, okay, direkt beim ersten Mal schon verkackt und ich hatte gerade eben auch ein kleines Problem mit meinem Sound, da war das alles so ein bisschen doof gerade, das habe ich gerade eben schön eingestellt, scheiß Windows Updates und, aber egal, ein bisschen Mario Party hier so spielen, bisschen lustig dabei sein hier, Busfahrer Flame ist auch dabei, wer es immer heißt, Ah, so eine Kacke so ungefähr, so eine Kacke, aber naja, passiert manchmal, dann gucken wir auf jeden Fall, wie es weitergeht, Mario Party mit Ecto Wolle, wuhu, ohne 5, geil, ich habe eine 5 gewürfelt, bam, ich bin auf Platz, äh, 11 von, auf Feld 11 von 45, geil, heißer Boden, geil, heißer Boden, als wenn ich das könnte, ich habe noch so wenig Mario Party bis jetzt gespielt, Das ist schon, das ist schon nicht mal feierlich so, ach ja, hier musst du, ich glaube, die ganze Zeit überlaufen, das wird das auch schön, das wird so schön, wenn ich mir so schnell runterfallen, das wird gar nicht mehr, das wird, so, und los geht's, und los geht's, immer schön jetzt laufen, 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 nein, 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 warte, 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 warte Direkt raus, direkt raus, direkt raus. So eine Kacke. Ihr dürft gerne in die Kommentare schreiben. Hey, du bist ja schlecht. Dann kann ich sagen, genau so ist es. Und wieder würfeln. Und es wurde eine 4. Bam, eine 4 gewürfelt. In your face. Oder in mein Face, ich weiß nicht genau. Es wird gespielt. Keine Ahnung. Ach nein. Oh nein, das ist... Oh nee. Okay. Was machen soll? Probieren wir so ein bisschen die Abbruch. Oh, oh, oh. Ich habe mich einfach hauen. Ich habe mich nicht wirklich. Yeah, yeah. Was macht man denn hier? Belastend. Belastend. Wie lang bin ich noch drin? Wie lang bin ich noch drin? Okay. Bald nicht mehr. Bald nicht mehr. Weiter geht bald nicht mehr. Ich glaube, ich habe auch kein Pfeil oder sowas. Keine Ahnung. Ich will ja auch nicht einfach laufen und so schießen. Ich glaube, ich habe auch nicht mehr. Was? Mann. Scheiße. Das war es schon wieder. Ich war halt gerade Dritter. Hervorragend. Schau mal. Kommt auf Stimmung. Und Spannung. Spannung. Busfahrer ist auch nochmal dabei. Aber hätte ich da schießen können? Ich glaube schon. Gibt bestimmt irgendjemanden, die sagt, hey, ich kann mich voll damit aus und ja, du wirst auf jeden Fall viel mehr machen können. Ja. Bäh! Ich habe eine 3 gewürfelt. Elytra Rennen! Wird das nächste gespielt. 3, 2, 1 und go! Yay! Elytra Rennen. Ich kann es gar nicht. Komm ich denn rüber? Jetzt auch. Ja, sonst eine war mir hier sowas. Okay, dann äh, und los geht's. Stopp. Der hier zu fliegen. Rum, schön rum, hier schön tief, schön tief, schön tief, schön tief, schön tief. Hier hochziehen, 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 hochziehen. Hier rüber, hier rüber, ah, komm, komm, bleib doch nicht hängen, bleib doch nicht hängen, bleib doch nicht hängen, bleib doch nicht hängen. Soll ich hier hochkommen? Ach, so ne Kacke. Hab ja noch nen Versuch, würde ich einfach nur noch hoppen. Schön hier durch, schön hier durch, schön hier durch. Durch, ah, 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 ich bin da oben nicht. Oh, fuck. Ey, was war das denn bitte? Quatsch zu Ende, okay, gut. Mit zwei, geil, bringt mir gar nichts. Also, bringt mir schon was. Zwei Felder, aber jetzt nicht so, wow, wie fünf Felder. Das hat mir nicht viel mehr gebracht. Erst wird gespielt, freier Fall. Gut, kenn ich nicht. Das schreibt mir jemand, Leni. Keine Ahnung, was ich hier machen soll. Das Schlimmste dabei. Ähm, ja, okay, dann freier Fall, würde ich sagen. Okay, ja, auch nicht. Auch nicht. Ja, ich hab's irgendwie nicht geschaffen. Ne 6, ne 6. Das hat doch jetzt mal richtig was gebracht. Bam. Ja, Mann, so wird's gemacht. 26 von 45 bin ich. Es wird gespielt. Schießstand. Okay, das kann ich noch viel weniger. Aber hab ich schon mal erwähnt, dass ich gar keinen Spieler nicht gerade kann? Äh, ja. Ähm, krieg ich jetzt irgendwas zum Ball an? Okay. Bumm. Wann die alle so schnell schießen? Ja, ich hab's nicht. Dann schreibt mir irgendwas. Ja, ich hab's ja oben. Ja, ich hab's ja auch drei Punkte bekommen, weil... ...dann wir stumpf nach oben, irgendwo immer. ...ein Punkt bekommen. Immer nur stumpf nach oben schieben. Immer nur stumpf nach oben schieben, irgendwo hinschieben. Und wenn ich zieht das kann ich ja auch knicken. Ja. Ahnung. Oh. Geht überhaupt immer. Ich hab's nicht aufzielen. Jetzt krieg ich ja keine Punkte mehr. Gerade wird's schlecht. Oh, was war hier denn gerade? Du legst den 15. Platz. Ja, geil. Okay. Aber 15. Platz! Dafür, dass ich noch nicht so wirklich viel Mario Party spielt, ist 15. Platz gar nicht mehr so verkehrt. Okay, eine 2 ist jetzt ein bisschen schade. Ich hätt gern mehr gehabt. Aber ich bin hier nicht allein. Finn Baum ist auch da. Ich und Finn Baum kämpfen gegen das Unrecht. Du belegst den 15. Platz. Wann denn? Ach so. Oh. Fünfter Platz. Und der Busfahrer hat gewonnen. Yay. Damit vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen bei meiner ersten Folge hier von Minecraft Party. Bei Ectowolle. Yay. Wenn ihr wollt, könnt ihr natürlich gerne den Kanal abonnieren, Glock aktivieren und ganz andere Dings da tun. Und bis zum nächsten Mal. Wie immer sagt ihr. Der Ectowolle. Tschüss.